Hallo ihr Lieben! Heute gibt es wieder ein Baby Sensory Projekt. Heute geht es darum wirklich die Farbe oder die Farben intensiv zu fühlen, aufzusaugen, zu riechen und zu schmecken und da habe ich mir also etwas ganz ganz einfaches einfallen lassen. Das kann wirklich jedermann zu Hause machen. Man braucht keinen Garten. Ich habe das aber im Garten gemacht. Wenn man das im Haus machen möchte, dann kann man das entweder in der Badewanne machen oder man kann sich ein kleines Planschbecken aufblasen und das ins Wohnzimmer stellen und dann einfach ein Bettlaken darüber machen. Vielleicht ein altes Bettlaken. Also ich hatte Glück, ich habe also ein altes Bettlaken genommen, wo es mir wirklich egal war, ob das nun dreckig wird oder nicht. Und ich habe das in der Dusche später, also nach dem Ganzen habe ich das einfach in der Dusche oder in der Badewanne mit der Brause einfach abgebraust und habe das dann über Nacht so ein bisschen ziehen lassen. Aber ich muss schon sagen, dass nur das Brausen alles rausgeholt hat. Ich habe das einfach nur, weil ich noch Matsch da drin hatte vom Garten, habe ich das dann noch so ein bisschen eingelegt. Und ja, heute ist das komplett sauber. Jetzt aber zum Video. Ich wünsche euch dabei viel Spaß. Wenn es euch gefällt, bitte lasst mir einen Daumen nach oben da und sagt mir in den Kommentaren, ob ihr das nachmachen werdet oder nicht. Für dieses bunte Projekt benötigen wir einmal Quark, Lebensmittelfarbe, eine Schüssel mit einer Gabel und einem Löffel, am besten eine Cupcakeform und ein altes Bettlaken. Nun geben wir etwas Quark in eine kleine Schüssel, geben Lebensmittelfarbe dazu und rühren kräftig. Hier habe ich etwas zu viel Lebensmittelfarbe genutzt und ja, da sieht man den direkten Vergleich. Also rechts ist sehr viel dunkler und links, da habe ich dann also wieder ein bisschen mehr hier drunter zu getan. Ich habe das Projekt damit angefangen, Heidi in ein Planschbecken zu setzen, auf einem Bettlaken und dann einfach die Farbe mit da rein zu setzen. Genau, Teddy kam dann dazu und fand das ultra lustig, die Farben zu klatschen und hat mit Rot angefangen, hat dann so ein bisschen Blau damit zugenommen und hatte richtig viel Spaß damit. Weil es im Planschbecken ein bisschen zu eng war für beide Kinder, habe ich einfach das Laken dann auf dem Rasen ausgebreitet und ja, sie haben sich also beide darauf gesetzt, gelegt und einfach mal mit der Farbe rumgespielt. Und wie man sieht, Teddy kam nicht um die Versuchung herum, auch mal die Farbe zu probieren. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann schalte gerne wieder nächsten Freitag ein. Ansonsten sehen wir uns am Montag bei einem neuen Vlog wieder. Bis dahin wünsche ich dir etwas ganz, 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 ganz Schönes. Bis dann, ciao, ciao! Bis dann, ciao!